Gewinnst halt Cosplay, Alter. Hey, das ist schlechter als vorher! Mann, Junge, was? Was? Die Runde ist so ein K***er, Alter. Junge, was? Guck mal, Leute. Guck mal, wie geil ich jetzt aussehe, Kevin. Oh, Kevin, Digga, Mann, Bro. Ihr hätt so lost das gleiche Ding gekauft, weil ihr so lost seid. Mann, Bro, wer p***t da mit dem Ex-Pro, Junge? Oh mein Gott, bist du sicher. Ich bin los. Und dadurch ist er nichts mehr wert. Ja, viel besser, viel besser, viel besser, viel besser. Ich will eine andere Farbe. Das ist sonst für Verwirrung. Oh, die Winterwelt sieht ja sick aus. Ist ja nichts anders. Oh, 6 ist doch ganz nett. Schönes Bissl-Ding. Ah, guck mal, hier komm ich ja eh vorbei. So was haben wir hier. Finde ich auch, ich weiß auch, ja. Es ist jetzt nichts, was man so jeden Tag grinden kann, aber es ist funny für... Ich werde das E-Spauler drin. Ey, wenn es aber noch so kleine Mini-Games hätte oder so. Ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Was anderes als nur, wer höher würfelt so. Ja, das wäre geil. Ich dachte halt wirklich bei Schere, Stein, Papier, dass wir jetzt halt ein Battle da reinstecken. Ach, Digga, 10 ist doch Müll. Er will schon Leben direkt durchgesplittert. Junge, ich bin schon fast tot. Oha. Mach mal das Upgrade. So dumm war ein Witz, hätt's nicht machen sollen. Boah, wie lange drehst du, Digga? Ich find's ulti... Ich muss auf ein bestimmtes Tempo kommen und dann lässt der... Nein, 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 du musst flicken, du musst so flicken. Einmal so flicken, einmal so zack. Einmal so zack. Oh mein Gott, ich dreh mir den Arm ab gerade. 10 ist huge. Huge. Achtung. Was ist bei dir als Jobauswahl? Das müsste aber dann schon so winterlich sein, ne? Bei mir war es Forscher hatte ich. Ja, ich auch. Forscher, ich hatte andere Berufe, ich hatte winterliche Berufe. Die waren noch mehr OP, ne? Ja, glaub ich auch. Max, was machst du da? Was, Dig? Ich find das nicht. Real Talk, ich find das mit Low-Sense so schwer. Ja, ich auch, aber du musst wirklich einfach nur so flicken. Einmal nur eine kleine Bewegung machen. Wirklich nur zack, zwei Zentimeter. Ja, das Ding des Trammings, du hast halt irgendwie so 14.000 DPI oder so. Hab ich nicht, ich hab komplett null, Digga. Du kennst doch mein Name. Null, komplett null. Klassiker, wenn ich jetzt nicht die gut alten Counter-Strike-Pros die mit null DPI zaubern. Die nuller DPI, Digga. So, jetzt hier bin ich auch mal dran. Der investiert. Koch. Ich glaube, dass unsere Jobs nicht besser oder schlechter sind, sondern einfach anders heiß. Heißen die jetzt bei euch auch anders, oder was? Ja, ne, ne, das hieß Koch. Bei uns war halt so ein Polarforscher und sowas. Ja, genau, genau. Und die haben halt viel, viel besser, also die haben halt viel, viel besser gezahlt, ne. Wir hatten so einen Job, 200.000 und null Steuern. Hahaha, so. Brettspielkampf. Oh, Brettspielkampf. Oh, Brettspielkampf. Oh, das musst du machen. Da müssen wir alle drehen. Wie geil. Hoch, 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 hoch. Was? Trash, Alter. Das ist stark, das ist stark, das ist stark. Ach, Digga, Müll. Komm, Basti, mach bitte eine Eins. Oh, nein. Ach, Digga. Geil. 40k. Ich hab das Ding aufgewählt und bin jetzt letzter, oder was? 10k. Seht ihr mein Schneemobil? Feindlich. Ja, ja. Flex. Ich bestell mir Essen, weil ich's kann. Flex. Skrpau. Wer hat den Schneemobil da hinten enthauptet? Siehst du das, Kevin? Dein Mittagessen kostet unter... Was? Oh, nee. Jetzt muss ich auch noch irgend so'n Platmeer hier ans Hals binden. Scheiße, ich bleib single die Runde. Fuck it. Was bringt dir denn eigentlich heiraten jetzt? Einfach viel mehr Glück? Ja, nichts. Ist wie im Real Life. Nicht! So, weg damit. Zack und durch. Oh, was ist das? Neuer Job? Come on. Job. Auf jeden Fall. Neuen Job, Bro. Ich würde gamblen, to be honest. 12k mehr. 12k mehr. Das sind 12k für ein Papa Platte. Ja, so. Ja, jetzt bin ich noch mal dran hier. Oh, das ist super lieber. Basti kriegt so viel Money. What the fuck? Das hab ich auch verdient. Hat er... Das hat jede Runde Pech. Ich finde, Basti hat nicht so viel Geld verdient. Max, wenn du Eier hast, Slam. Dank. Okay, ich bin noch meine Jobs gespannt. Was kann ich werden, Alter? Loser. Alpinist oder Snowboardlehrer? Boah, du musst Snowboardlehrer nehmen. Warum? Dafür hast du studiert? Hä, was für ein Müll. Ich werd Alpinist, Digga. Ey, kennt ihr diese Skilehrer, die immer so mega touchy sind? Ja. Das bin ich. Wirklich diese Winterwunderwelt. Kevin, ist sie nicht wunderschön? Ja, Mann. Das hat so gewohnt. Du hast rechtfertigen gerade, ne? Ja, ist so. Digga, ich muss das sagen. Dann will ich das von Steuer absetzen. Warum rasen ich den so durch, Digga? Ich will auch mal ein bisschen Pause machen. Okay, komm, komm. Geh mir irgendein geiles Haus. Los. Oha, Basti. Holy shit. Pilzhaus, Bro. Digga, da komm ich aber safe rein. Bei mir ist es eine Luxuswohnung einfach. Bei uns ist ein Pilzhaus. Schade. Guck mal, der eine, der malt da mit seinen Schlittschuhen so Bubstingen sind und so Asses und Dinger. Ja, und die sehen das nicht, die Loser, ne? Alter, geil. Habe ich den Dauerauftrag eingerichtet, oder was? Natürlich. Hä, was? Warum? Wer? Ich hab geheiratet. Was, ihr habt geheiratet? Junge, gönn mal. Alles Gute, Basti. Ich freu mich voll. Alles Gute, Mann. Wieso bin ich nie dran? Das hab ich mir auch gar gedacht. Du bist eine halbe Stunde nicht dran. Ach, komm. Ich glaube, meine Eins ist auch gut. Achtung, Ereignis fällt. Meine Frau stirbt. Johohohoh. Du musst nur auswählen. Schere, Stein, Papier, oder deine Frau stirbt. Du kriegst 4.000. Oh, Baby. Dämlicher Nachbar. Richtig viel dafür gezahlt. Hä? Och, sag mir, das hat nicht gezählt. Oh, Digga. Oh, mein Gott. Bad. Übersicht so rot jetzt. Ein paar technische Sprüche. Ach, beleert. Junge. Die Musik, ich hasse die, Kevin. Die macht mich aggressiv. Schaut her, schaut her, schaut her. Oh, noch ein Haus. Noch eine Butze. Okay, sick. Du hättest actually noch genug, ne? Oh, oder ich verkauf das. Nein, kauf dir noch eins, Bro. Check, was drin ist. Two-Pick. Ja, safe. Two-Pick. Achso, du kannst es kriegen. Bro, das Two-Pick ist actually ein nice to return on invest. Guck mal, Bro. Das sind zwar Zelte. Ja, so ist das. Junge, holy shit. Holy shit. Boah, das sieht aber echt cozy aus. Chillig aus. Was hast du genommen, Basti? Familie? Nee. Investitionen wieder. Ja, schön, das eigene. Ja, wieder nur Geld. Aber es ist doch entspannt, Basti. Es scheint ja bei dir zu laufen, ne? Klar. Aber es wäre schöner, Geld mitzunehmen und danach auf Attribute zu landen. Oh, Juki, das Geld wieder. Das bringt doch hier nichts. So wenig Geld, das verstehe ich nicht. Vielleicht hast du alles für Pokémon-Karten ausgegeben, Bro. Okay, Zeit, eine Eins zu drehen. Eine Neun, von wem ist die? Da kommt ja ganz oft drauf, das mag ich. Aber warum bringt das nur 50? Warte mal, kann man auch später noch heiraten, Basti? Glaub nicht, ne? Ich weiß es ehrlich. Ich weiß es ehrlich. Digga, ich geh jetzt einfach mal auf Single. Ich geh jetzt einfach mal auf Single. Ach, Revi. Der bekommt nur 6 oder 9, hä? Was soll denn das? Lass es mal. Boom. Neuer Job. Oh. Ich hole mir auf jeden Fall einen neuen Job. Ich hasse meinen Job. Mein neuer Job wird sein Forscher. Boah, auf dem Pod war es echt super, Alter. Ja, du musst forschen, Jungs. Ja. Ey, Jungs, was ist denn los? Vielen Dank. Junge, Basti. Was? Können wir den Minus? Oh mein Gott, Digga. Revinzeit-Cosplay, Alter. Aber nicht IRL, ne? So nicht. So nicht, ja. Spor, irgendwann wird man richtig persönlich im Spiel. Ja, aber dafür ist es bei mir im Real Life gerade richtig gut. Dafür bin ich aber IRL reich und verheiratet als ein Loser. Das wäre so geil. Ist mir eh egal, was im Spiel passiert. Oh Gott. Oh, das war knapp. Oh, das hat noch nicht gezählt. Der ist so dumm zum Drehen. Oh, saftig, knapp dich, Digga. Der hat das reingetitelt. Das ist auch nötig. Kann man den Kredit noch abzahlen? Ach, Digga, jeder würfelt, also jeder. Das läuft richtig gut. Das war eine gute Entscheidung. Das Angry Pink. Hey, das ist schlechter als vorher. Kannst du auch keins nehmen oder musst du eins nehmen? Ey, Femba-Mamos. Hey, was war das denn? Ich bin einfach schlechter geworden. Koch aber ist auch insane. Ich bin der mit am wenigsten Geld und mit dem schlechtesten Job. Und alle schlechtesten Stats. Oh, Glück gehabt, Bro. Action. Babysitten ist, finde ich, ziemlich lame. Ja, musst du machen. Babysitten. Ich würde Babysitten machen, safe. Sicher? Ja, aber wenn du gewinnst, ist geil. Wenn du nicht, dann ist es nicht geil. Nein, ich gehe auf Liebe, Leute. Loser. Das ist nicht Liebe, das ist Glück. Cringe, wer Liebe macht. So, Freunde, jetzt mal hier eine 4. Ist das eigentlich die ganze Zeit nur ein Lied? Ja. Aber ich mag es. Wir haben verschiedene Lieder. Ja, weil wir gezahlt haben. Digga, ich bin nur am bezahlen, Alter. Bei uns läuft einfach David Gertt am Hintergrund, Digga. Ist vielleicht für das eine Lied, was wir... Actually, haben wir hier einen eigenen DJ-In-Game, der gerade Musikwunsch spielt. Ich finde das Game irgendwie wack, weil das ja komplett Glücksbasiert ist. Nein, nicht ganz. Ich habe eben auch sehr schlecht dazu gespielt. Also, ich finde das Game geil. Ich finde es auch nice, dass es glücksbasiert ist. Ich fände es nur noch geil, wie Basti meinte, dass man diese Battles gegeneinander, dass man dann wirklich einen Basketball wirft oder so. Das wäre so sick. Ja, wie das Kind. Basti würfelt jedes Mal eine 3,5 Stunden. Basti, Digga, what the fuck. Muss einmal ziehen, einmal ziehen, Mühe geben. Oh, dann 10, das ist mir viel zu hoch. Vor allem egal, was du würfelst, wenn du hier eh Stopp hast. Ach so, ja, true. Leben fortsetzen auf gar keinen Fall. Will man ja nicht. Wenn ich nicht geheiratet habe, kann ich dann trotzdem ein Kind bekommen? Ah ja, klar. Nein, kein Sex mit der Ehe oder what the fuck. Ist ja ein Christian-Game. Wenn ich das gleich mache, dann kommt ein Error-Mando, Bro. Game, Game schnittlich einfach. Gamecrash, du. Boah, soll ich zocken? Ja, 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 save, save. Du musstest ein Trial Cutting nehmen. Ach, Basti. Oh, Basti, oh, Junge. Oh, ja, komm. Aktion? Das war ein guter Run. Boah, mach Bowling, wenn du Eier hast. Wenn du Eier hast, Bowling one-way-one. Kevin, du wirst verlieren. Ach, Mann, Dicke. Ich bin ein geborener Maler. Jetzt noch mal auf einen schönen Warm-Kakao hier, schön in die Decke einwickeln und drehen. So. Ach, guck mal, eine 7. Die schmeckt uns doch. So, und dann fahren wir nach links, ne? Scheiß mal auf Kinder kriegen, will ich alles nicht. Oh, und alles andere war richtig Müll. Äh, Thermal-Quellenhütte, wie chillig. Boah, das sieht wirklich nice aus. Wir sehen nur das weiß aus. Aber ist es denn nicht mal übel warm in der Butze? Guck mal, da stehen so Pinguine in deiner Base. Dicke, die haben bei mir Waffen. Einfach in der Base. So Waffen. Pinguine mit AK-47, Alter. Der nennt sein Zuhause Base. Denas Büro hieß doch, glaub ich, Base, oder? Das macht Kevin auf Date. Jo, wir könnten auch zu mir in die Base. Ach, Mann, warum denn immer so groß? Mach doch mal was Kleines. Ja, hab mir auch gedacht, als ich mein... Ja, komm. Sag's nicht, Dicke, sprich's einfach nicht aus. Ja, Mann! Okay. Ihr würfelt alle eure eigene Zahl? Schön! Und ich muss nur steuern. So, jetzt mach mal 100k und top! Oh, du verdient. Oh, du verdient. Warum machst du dir, Dicke, so Trigger? Hilarious Haste. Warum machst du, Dicke? Du musst nur eine kleine Bewegung machen. Bro, jede Runde, Alter. Ohne mit. Jede Runde. Eine Bewegung. Mach dir die in die entgegengesetzte Richtung. Mann, nein, Dicke. Nein, du musst wirklich nur 1mm ziehen, aber den schnell. Wirklich nur 1mm. Hab ich... Jaja, Jungs. Echt? Ich glaubte das nicht. Der macht die ganze Zeit seine eigene Zahl damit. Der hat irgendeinen Ground-Baking-Bug gefunden. Das war echt schön. Komm, Bowling, do it. Do it. Bowling. Mann, Junge, was? Auf dem Wasser fühl ich mich gewohlen. Ich glaub, wenn du Ruhe und Spannung hättest, es wär vorbei gewesen bei dir. Mann, sch*** auf Ruhe und Spannung. Gönn auf Bowling, du, ey. Wir sind alle clean cash. Ich krieg nie was. Zum Steuern. Was? Von Steuern auf Steuern? Die Runde ist so kacke, Alter. Die ist so scheiße. Ich hab gar nichts. Ich hab nichts. Und ich hab dir auch den schlechtesten Job. Du hast nichts. Das Leben kann richtig frustrieren manchmal sein. Ja, ne? Aber es ist schön, dass das Spiel einmal das so richtig mitteilt. Okay, Kevin, ich gönn dir. Junge King, Alter. Ey, wenn Kevin verliert, muss er Schulden aufgeben. Ja, komm. Weh, du musst jetzt so 10. Oh, das ist so scheiße. 7 war ne gute Wahl. Komm, gönn. Mann! 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 Das ist doch scheiße,?!? Mann! Mann, Mann. Mann, Mann! Du wolltest unbedingt meat spüle. Mann, ist fuck mis THEM $ The Bitcoin. Ich hab dir gesagt, ich hab sechs Finger. Ich bin sau gut in dem Game. Mann, ich hab 4 Vay brechen. Mann, Jungen. Ich hab keinen Geld. Vermittel. Das hab ich egal. Ich hab Geld einfach nicht ohne. 好 Mannen Gott, ey. Mann! Aua würde. Fehle Jonge wыхle Was? Loser. Oh mein Gott, schau auf! Ich kenne das zu 3 Kredite, nochmal 3 da drauf. Junge. Ja, Alter. Loser. Wie viel Kredite nimmst du auf? Chill mal jetzt. Junge. Nicht mal ich hatte 6 Stück, du Loser. Ist einfach schlechterer als Reh wie letzte, ich hör. Das war eben beim Ende bei mir, wir sind noch nicht mal halb durch. Alter, Gehirnchirurg. Ich kann das nicht mal richtig aussprechen. Gehirnchirurg. Gehirnchirurg. Ja, jetzt mal, 10. Steuerfeld. Das schmeckt das neue Gehalt natürlich. Heiraten, no joke, Max, mach es. Na siehst du, man kann doch mal heiraten dann. Kommentarlos, aber einfach, einfach kommentarlos. Okay, neuer Job, let's go. Polarwissenschaftler. Polarwissenschaftler. Eisbildhauer. Bro, der Eisbildhauer ist ja insane von der Ratio. Den nehm ich. Guck mal hier. Erstmal meine eigene Zahl bekommen. Geld wieder drin. Was? Nice, Digga. Nice, deine eigene Zahl bekommen, oder? Das ist die meine Zahl. Danke Reh wie easy money. Das war nicht meine Zahl, das war verwacht. Ey! Oha, das schmeckt. Oha, das schmeckt. Aber da ist der Eisbildhauer halt gut, ne? Oha, das sind so Dinos. Das sind Eisbären, du... Ja, weine ich, weine ich. Ich hab' nicht versprochen. Du bist so dumm. Das sind so da... Versprochen. Von Eisbär auf Dinos. Das sind... Oha, das sind so Dinos. Ey, ich bin einfach... Ach man, Alter! Ich hab' wieder Geld bezahlt! Ey, Junge! Wenn ich jetzt wieder irgendwie auf Steuern komme, wenn ich mich fiss. Jetzt, Achtung! Du brauchst eine neue Hüfte. Zahl 100k. Mach rechts. Film an mit der Familie. Hier, wenn du Eier hast. Ich gewinn das einfach, Basti. Das ist smart. Trust. Schön! Achte Stadt! Okay, das gefällt mir nicht. Ja! Nice! Ja, Bowling-Duell, wenn du Eier hast. Mach gegen Kevin, dann muss er wieder Kevin. Mach gegen mich Bowling-Duell. Okay. Nice! Schön! Komm jetzt. Ich muss einfach mal was machen, über eine 4. 2, 2, 2, 2. Ja! Das ist unschlagbar. Okay, okay. Aber Kevin, ich mach's gerne, Bro. Das ist richtig, richtig gute Technik von Kevin. Junge, hier, komm. Digga, einfach wie random. Hol dir einen Alpaka. Alpaka? Ja, schön, schön, schön! Sieh'n nehm' ich! Kevin ist so gämlingertig. Jaja, Digga, wirklich. Der hat schon 6 Kredite der Tag. Nice! Digga, was bist du für... Wie gambelsüchtig bist du? Sag Max. Sagst du, Digga. Ich weiß nicht, wie du gerade in der guten Lage bist, Bro. 90.000 Euro in Pokémon-Karten. Och, Mann. Feierabend, langsam. Schön. Feierabend, Schicht im Schacht. Ab dafür. Was? Feierabend? Richtig Feierabend. Ja, lieber ins große Haus. Oha, das wird richtig geil aus von mir. Geiles Schloss bei uns, ne? Kevin, das lohnt sich dann. Junge, so'n Eisschloss, Digga. Holy Shit. Wie heißt denn dieser Schneemann? Arctos, oder? Arctos, ja, ja. Von Tabaluga. Von Tabaluga. Genau, der heißt ja wie Jens oder so. Arctos. Olaf, Olaf war's, Olaf. Nein, Alter, von Tabaluga. Oh Gott, Kevin, du bist viel zu jung. Einfach Jens. Wir reden von Tabaluga. Zehn Jahre davor. Ja, nicht so, ich, Arctos. Ja, nicht so. Ich dachte, wir reden von Frozen. Mit dem Moderator. Ich bin viel zu jung, als ob ich Tabaluga nicht geguckt hab, Digga. Ich bin 24. 24? Ja, und Revi meinte, ich stirb mit 23. Das ist so gesehen. Sehr geil. Ich hab mir so den einen Tag so Burger zum Frühstück gestellt und Revi hat mir so privat geschrieben. Hör auf, damit du stirbst mit 23. Wie alt bist du nochmal? Ich stelle so 24. Digga, so. Oh, 410k. Für was hast du gekauft? Was? Hä? Wie macht man denn mehr als eins auf? Indem du die anderen halt anklickst, du. Bro, wie geil! Oh, du suckst so heftig, das ist so geil. Das hat dir den Sieg gekostet, das hat dir den Sieg gekostet. Ja, aber halt, das ist so dumm, Alter. Ich kann nur Doppelklicks. Ja, warte mal, warte mal, warte mal. Für was will ich jetzt hier gehen? Will ich für Cash gehen? Bro, du hast über viel Geld gerade. Wie hast du das gemacht? Du hast 1,5 Millionen, aber 6 Kredite. Das ist irgendwie völlig unbalanced. Oh, 10. Let's go. Junge, wie kann man so reinlacken? Vielleicht bist du selber? Das ist doch Schwachsinn. Ja, wir gehen auf Nummer sicher, oder? Das ist doch Quatsch mit Soße. Nee, ist besser. Mehr Ereignisfelder. Junge, dieser Wahl da links. Junge, wie lange Revi noch unterwegs ist jetzt, ne? Oh, wie schon wieder, Alter. Geht doch alles frei, das ist schon richtig. Oh, Kevin, ich hab bei Herz, hab ich 8 Stück. Das weißt du, das kriegst du nicht mehr, ne? Nein. Du hast 8? Warum schreist du jetzt so? Oh mein Gott, okay, dann ist ja übel dumm. Perfekt. Oh mein Gott, warum steht das nirgendwo? Nirgendwo. Ich hab mit Abstand die schlechteste Runde gehabt. Es gibt 100k Abzug, ne, für nen Kredit, by the way. Naja, also 100 Punkte einfach. Ich bin dran, so 5 mal rot der Rekord. Wer europaweiter Rekord, 5 mal rot. Ich bin bossy AG und mach immer Geld. Ja, chillig. Chillig. 5 mal rot. Junge, Revi, du würfelst auch wie so ein... Drehst wie so ein Knecht. Ja, ja. Hast du noch ein Haus? Zwei Häuser. Jetzt zeig mal, wie man ein Haus bekommt. Guck mal, jetzt zeig mal, wie man das macht. Boah, Junge. Boah, dicker Hit. Ich glaube, dass man am Ende vielleicht nur das Erste leben kann. Ja, ist richtig. Hab ich bestätigt bekommen. Junge, das ist quasi ein Vorteil. Oh, wie scheiße. Wie shit? Ja, der war shit. 90k, Junge. Was hast du denn? Sobald's dann besser ist, dass du dann halt gut sei. Nichts einfach. Boah, also ich glaub Kevin oder Revi. Ja, ich überleg gerade. Ich könnt Kevin eigentlich noch contesten, wenn ich auf die Wunschliste gehe. So, jetzt bin ich aber mal gespannt hier mal wieder. Ja, das war doch... Also, wenn ich nicht mit Abstand letzter bin. Ja, man war mein Fehler, Digga. Das war echt gespielt. Nein, ich hab gar nicht... Ich fahr. Okay, Kevin. Ich hab am meisten Cash, aber ich hab auch am meisten Bediener. Ja, aber dass du trotzdem Geld, glaube ich, gewinnst, kann ich sagen. Oh, Kevin. Ich bin im All. Ich bin im All. Ich hab 500 abgezogen gleich. Boah, für Zweiter wär der geil. Hä, wieso hat Kevin die Krone trotzdem bekommen? Nice! Warum? Let's go! Warte mal, Bro. Er hättet ihr teilen müssen eigentlich. Okay, ich wär Zweiter noch. Boah! Boah! Let's go! Let's go! Let's go, Digga! Start! Max, echt schlecht gespielt, Mann. Wirklich. Ich hab nicht mitgespielt. Nein, das wird um Max so. Geil, Alter. Ausgesporn ins Ziel. Fünfmal rot. Start, Mann. Nice, Digga. Sehr, 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 sehr geil. Sehr, 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 sehr geil. Ey, mega nice, dass wir die zweite Runde noch gemacht haben. Auf jeden Fall. Für mich chillig. Ich bin mich auch chillig. Ich bin mich auch chillig. Das war's. Ja, in mir. Ich bin mich auch chillig. Ich bin mich auch chillig. Untertitelung des ZDF, 2020